Am Ende des Tages kann ja viel diskutiert werden und der Verein muss ja entscheiden, auf welchen Positionen er Verbesserungspotenzial sieht und nachbessern möchte. Von daher ist das eigentlich auch alles, was ich dazu sagen möchte. Erstmal Vorbereitung, finde ich, in Anführungsstrichen, wird jetzt eine eine Woche, eigentlich eine richtige Trainingswoche und jetzt schon gefolgt von der Spieltagswoche. Von daher war es eine relativ kurze Zeit, die wir hier aber auch mit unseren Möglichkeiten, glaube ich, sehr gut überbrückt haben. Also wir haben alle Möglichkeiten hier vor Ort. Das Einzige, was natürlich anders gewesen wäre, wäre wahrscheinlich das Wetter. Ich kann mich erinnern, die ersten drei, vier Tage bis zum Testspiel waren wir von morgens angefangen, kurz nach acht Corona-Test bis abends 17, 18, 19 Uhr hier. Je nachdem, was noch an Behandlung anstand, ob ein Spieler gut in Form ist, nicht. Von daher war es sehr ähnlich und wir waren schon greifbar. Also da waren schon Möglichkeiten da zu sprechen, auch innerhalb der Mannschaft. Klar war die Trainingswoche jetzt nochmal sehr intensiv, auch mit sehr vielen ein, auch nochmal mit zwei Testspielen. Und da konnten wir auch nochmal ein paar Dinge nachjustieren, gerade auch, was der Trainer dann fordert. Ich bewerte die Situation erstmal, dass ein paar Mannschaften nach vorne stehen, bewerte auch so ein bisschen die Gesamtsituation. Klar sind wir jetzt dran und im Endeffekt, wie gesagt, geht es ja auch darum, dass wir auf die ersten drei Plätze wollen, aber meiner Meinung nach auch noch mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden und die letzten drei Spiele haben gezeigt, wo die Richtung hingeht. Von daher verschließe ich mich auch nicht vor dem Wort, bin ich auch ganz ehrlich. Natürlich, am Ende des Tages will jeder Leistungssportler aufsteigen, auch die Mannschaften, die vor uns sind. Die Ambitionen sollten wir schon haben, aber ich gehe noch ein Stück weit zurück und sage, wir hatten jetzt einen Break. Also sehr, sehr wichtig, wie wir jetzt wieder an den Rhythmus kommen, die nächsten zwei Spiele, dann haben wir wieder ein Wochenende frei. Ich glaube, das sind erstmal die Fragen, die wir mit Leistung beantworten sollten. Es ist jetzt ja nicht so, dass alles ein Jahr her ist und jedes Spiel ist vergessen. Die drei Spiele sind natürlich noch da und das war ja auch in der Saisonbewertung dann auch Thema. Und die Sachen, die wir gut gemacht haben, die verinnerlichen wir auch weiter. Ich glaube, das hat man auch in den Testspielen gesehen, dass da sehr, sehr gute Ansätze dabei waren. Das erwarte ich, dass es total eng bleiben wird. Ich glaube, dass es auch bis zum Ende eng bleiben wird. Ich glaube auch nicht, dass irgendeine Mannschaft jetzt fulminant weiterpunktet und vorne wegmarschiert. Das glaube ich nicht. Dafür ist es sehr, sehr ausgeglichen und unsere Rolle ist einfach Verfolgerfeld gerade. Und ich hoffe einfach, dass wir jetzt wieder Rhythmus aufnehmen können und dass wir uns in der Tabelle verbessern können. Klar war das Ende der letzten Saison dann schon unruhig, wobei ich auch immer finde, man kann sich als Spieler auch hinter viel verstecken. Natürlich spielen ja viele Dinge mit rein und können auch verschiedene Rhythmen unterbrechen. Aber am Ende des Tages spielen wir. Das war auch das Thema damals bei dem Schalke-Spiel. Da haben wir uns eigentlich auch eingeschworen. Und generell ist ja auch die Pandemie da und stellt ja generell auch die ganze Gesellschaft oder auch uns vor eine riesen Herausforderung. Von daher muss man sich da auch mal ein Stück weit anpassen und für sich das Beste daraus ziehen. Und einfach gucken, dass man am Wochenende Leistung bringt. Und es so gut wie geht auszublenden, auch wenn es manchmal nicht so einfach ist. Also Hinspiel war ein enges Spiel, ein gutes Spiel, ein spannendes Spiel, glaube ich, für die Zuschauer von außen, dass wir am Ende dann mit dem Elfmeter noch gewonnen haben durch Maxi. Ich glaube, dass Düsseldorf richtig Qualität hat und ein bisschen hinter den Ambitionen herläuft. Von daher erwarte ich einen guten Gegner mit einer guten Qualität. Und wir müssen unsere bestmögliche Leistung abrufen, damit wir die drei Punkte bei uns behalten können. Ich habe mich jetzt nicht so viel damit beschäftigt, wie es in der Klubführung von Fortuna Düsseldorf aussieht. Wir haben ja selber Herausforderungen, die wir bewältigen müssen mit unseren Corona-Fällen, die wir jetzt hatten. Von daher tun wir gut daran, dass wir auf uns gucken, dass wir unsere Leistung bringen. Und ich glaube, dann werden wir das Spiel auch gewinnen. Also zu viel sollten wir nicht rüber gucken, was da so los ist. Am Ende des Tages kann ja viel diskutiert werden. Und der Verein muss ja entscheiden, auf welchen Positionen er Verbesserungspotenzial sieht und nachbessern möchte. Von daher ist das eigentlich auch alles, was ich dazu sagen möchte. Ja, erstmal grundsätzlich hat Idia seine Spielzeiten genutzt und hat gute Leistung gebracht. Von daher ist es ja auch durchaus berechtigt, dass er spielen möchte. Aber was ich auch schon eingangs gesagt habe, jeder Spieler hat auch die Ambition zu spielen, gerade im Leistungssport. Und das ist ja auch das, was einen am Ende durch diese Reibung auch zu einer anderen Leistung oder zu einer Leistungsstärkung bringt. Von daher sehe ich da jetzt kein Problem, sondern eher einen Vorteil für uns als Mannschaft.